Wenn du dich selbstständig machen willst und genauso wie ich nicht aus einem Elternhaus kommst, wo du mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen bist, dann macht es Sinn für dich, Finanzierungsmittel zu beschaffen für deine Selbstständigkeit. Und glücklicherweise ist es noch politischer Wille, Gründer dabei zu unterstützen, genau diesen Schritt ins Risiko, aber auch in die Firmengründung zu gehen, um später nicht nur davon leben zu können, sondern sogar noch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und welche Fördermittel du bekommen kannst in der Vorgründung oder in der Gründungsphase, darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmensberater, sondern selbst auch Gründer und Unternehmer. Ich habe also viele Unternehmen selbst gegründet und kenne die Situation gerade am Anfang, wenn die Umsätze und die Überschüsse noch nicht laufen, der Unternehmerlohn nicht finanziert werden kann und andere Wege genutzt werden, um Mittel zu beschaffen. Heute hat sich vieles verändert. Viele Förderprogramme sind vorhanden, die auch du nutzen kannst. Und ich zeige dir heute, wie du mindestens zweimal 5.000 Euro für deine Gründung auch erhalten kannst. Und das Besondere ist, diese Mittel sind Zuschüsse, also nicht rückzahlbar. Fördermittel sind in der Regel zweckbezogen, teilweise auch personenbezogen, kannst du also nur einmal als Unternehmer beantragen. Und damit du diesen Zweck und auch die zeitliche Phase in deiner Gründung auch unterscheiden kannst, habe ich dir eine kleine Timeline mitgebracht. Es gibt also ein Förderprogramm, was du vor der Gründung beantragen kannst, ein weiteres zur Gründung und vielleicht gibt es ja noch ein drittes, was ich dir zum Schluss zeigen werde. Bei dem ersten Programm handelt es sich um einen Gutschein, den du vor der Gründung beantragst. Du darfst also zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Vollerwerb, wohl aber im Nebenerwerb angemeldet sein. Diesen Gutschein, diesen AVGS, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein bekommst du bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter. Und daran enthalten sind Beratungsstunden und zwar in der Regel 80 Unterrichtseinheiten mal 45 Minuten im Wert bis zu 5.000 Euro. Und mit diesem Gutschein kannst du in Einzelberatungen deine wichtigen, deine persönlichen Themen individuell mit einem oder mehreren Beratern besprechen. Es geht also hier um Themen wie dein Businessplan, dein Finanzplan, dein Marketingkonzept, steuerliche Fragen, rechtliche Fragen, Versicherungsfragen. Also alles, was du zur Vorbereitung deines Geschäftsmodells und deiner Unternehmerpersönlichkeit brauchst, kann hier abgebildet werden. Und zwar nicht im Gruppenprozess, sondern in Einzelberatung. Wenn du auch eine solche Einzelberatungsmaßnahme sichern willst, dann bist du eingeladen auf den Link unterhalb des Videos zu klicken. Dort findest du alle weiteren Informationen und auch das Antragsformular, mit dem du dieses Programm beantragen kannst. In der zweiten Phase gibt es Förderungen zur Gründung. Das heißt, du machst dich selbstständig und brauchst noch Mittel für Investitionen. Dann bist du eingeladen, den Antrag nach § 16c SGB II zu stellen. Entscheidend ist aber, dass die Antragsvoraussetzung gegeben ist und die ist ein aktiver ALG II Bescheid. Du brauchst also beim Jobcenter eine Zusage für deine Lebenshaltungskosten in Form eines ALG II Bescheids. Nicht anspruchsberechtigt sind die Personen, die aus ALG I heraus gründen. Die haben den Gründungszuschuss nach § 93 SGB III. Hier sind allerdings keine Mittel enthalten für betriebliche Zwecke, sondern diese Mittel sind gedacht zur Deckung deiner privaten Lebenshaltungskosten. Am besten ist natürlich beide Programme zu kombinieren, also vor der Gründung einen Gutschein holen, um damit die Unterlagen zu erstellen, die du sowieso brauchst zur Beantragung der Förderung nach § 16c, aber auch beim Arbeitsamt nach § 93 SGB III. Wenn du nun einige Zeit selbstständig bist und das läuft noch nicht so gut, also bist weiterhin angewiesen darauf, dass das Jobcenter deine privaten Lebenshaltungskosten aufstockt und die Krankenversicherung übernimmt, dann kannst du nach 24 Monaten diesen Finanzierungsbaustein noch einmal beantragen, wenn du nachweisen kannst und die Sachbearbeitung überzeugen kannst, dass diese nächste Investition als Zuschuss das Ende der Hilfebedürftigkeit erreichen kann. Auf der anderen Seite, wenn es gut läuft und du wachsen willst, dein Warenlager vergrößern, deinen Standort verbessern, Mitarbeiter einstellen möchtest, dann gibt es auch Investitionsmittel, die bezuschusst werden, nämlich das KfW-Staatgeld. Hier ist es zwar auf der einen Seite so, dass die bis zu 125.000 Euro, die du von der KfW bekommst, zurückzahlen musst als Darlehen, aber die Bürgschaftskosten werden von der KfW genommen und 10 Jahre mal 1,5% mal 100.000 sind auch 15.000 Euro Zuschuss. Zusätzlich wird der Zinssatz auch noch reduziert von 8 oder 9% Risiko angemessen auf vielleicht 2,3%. Das sind nochmal circa 6 bis 7%. Wenn wir 6% auf 100.000 mal 10 Jahre nehmen, dann sind das auch ein ganz großer 5-stelliger Betrag, der schon an die 40.000 bis 50.000 herankommen kann. Insgesamt als Zuschuss, als versteckter, subventionierter Zuschuss, den du aber auch berücksichtigen solltest bei deiner Finanzierungsplan. Wie du also siehst, gibt es eine ganze Reihe von Subventionen und Zuschüssen, wenn du dich selbstständig machst. Das ist der Vorteil, wenn du in diesem Land lebst. Das ist der Vorteil auch, weshalb die Steuermittel, die andere bezahlen, dir zur Verfügung gestellt werden, damit du dir deinen eigenen Arbeitsplatz schaffen kannst und in der Zukunft auch wieder Steuern zahlen kannst. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, diese Programme nacheinander richtig in der richtigen Reihenfolge zu beantragen, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn viele Gründer kommen zu spät zu uns und haben die ersten Fehler gemacht, haben sich schon angemeldet oder haben entsprechende Anträge nicht ausgefüllt oder die Voraussetzungen, die es gilt zu beachten, nicht eingehalten. Wenn beispielsweise Investitionen zu früh getätigt werden oder der Vollerwerb zu früh angemeldet wird, verlierst du viele dieser Subventionen. Wenn du also Unterstützung dabei bekommen willst, alles richtig in der richtigen Reihenfolge zu beantragen, dann lade ich dich jetzt ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Du bist aber auch eingeladen, einfach anzurufen. Vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Dann bist du weiterhin gut informiert. Dein Daniel Schäfer